Schatzi, Schatzi, bye bye Schatzi, Schatzi Dabei Freunde, willkommen wieder bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Ich weiß gar nicht, was wir hier Doch letztes Mal haben wir einfach nur hier durch die Gegend gezogen Genau, jetzt fassen wir wieder einen Haben uns hier die Aussichtspunkte geholt Ähm, yo Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen Dass wir, oh guck mal, auf jeden Fall jedes Lagerhaus ist leer Achso, das ist leer Äh, ja, ich habe auf jeden Fall gerade Bock mal auf jeden Fall schnell die Kiste wieder zu holen Wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, 4226 Reales ist unser schönes Einkommen oder unser Besitz, wie man es nimmt Oh Äh, und der Schatz ist wo? Komm, wir mal einen Abend hat Ja, so schnell geht's Wahrscheinlich Den Schatz holen, genau Und auch schnell wieder Den Flattermann machen, wenn ich das jetzt mal machen könnte Komm, komm ab So Und weg ist er Sehr schön Zwar schnell Äh, ja Zwei Leute um die Ecke gebracht Die hätte ich vielleicht auch nicht machen müssen Aber Das hat sich einfach so angeboten Die standen so schön mit dem Rücken zu mir Und meine Dolche haben einfach nach Blut Äh, geschrien Mehr oder weniger So, ne Gut Ähm, ja, also den könnte ich auch noch holen Und dann habe ich auch immer eine ganz dumme Idee Äh, ja Guck mal, das ist der Militärschusspunkt Ja, ich könnte auch immer wieder hier diesen Schatz holen Das ist halt nichts drin, ne Das hat der ganze Mist So Also ganz schnell die Truhe holen Wo sie denn Wo ist ja meine Truhe Wo ist die Truhe Ist ja nicht hier oben, oder Ja, doch Wo ist die Truhe Lass dich mal fallen Ich hab da so eine Vermutung Ja, genau Also hier Ich bin gar nicht da In Wirklichkeit Äh, ja Hau mal ab Hau mal ab So, schön Jetzt sind wir auch wieder weg Aus dem Schwergebiet Schön Yo Aber leider ist halt das Lagerhaus leer Das ist halt das Problem, ne Da können wir uns nichts holen Ja, und dann gehen wir auch hier wieder hin Dann gehen wir langsam so Auf Richtung der Hauptmission zu Und dann können wir aber vielleicht mal ein bisschen was machen Dann verstellen wir uns auch nicht Schön Äh, ja Okay Komm ich irgendwie hier hoch Nee, ne Doch Tatsache Boah Was kann ich hier machen Okay Ja, was wir nicht alles für paar reales macht Wollen wir mal gucken Was können wir denn uns da holen Für irgendwas und so muss auf jeden Fall die Mission gut sein Also Dieses Gebiet Wenn es, ähm Hier auf jeden Fall Sperrgebiet ist Ich weiß noch nicht für was Aber wir werden es, denke ich mal, auf jeden Fall herausfinden So Komm Trenn wir mal um Bababub So Und was haben wir sonst noch hier auf der Kiste Ähm Auch im Tacho Wir können hier das Fragment noch holen Dann können wir uns noch Das holen Was haben wir denn hier eigentlich Das ist wie ein Auftrag Oh Schüttel Und Do Idee Komm Auf geht's Immer Gummi Genau Abrollen Springen Yo Auf geht's Die Oh, was haben wir hier So direkt als vor der Nase Und das geht auch nur Wenn ich hier Seht ihr das Rüber Darüber Und vorbei Ja, irgendwie war das nicht so gut Wollen wir das hin Wo ist denn das cooles Stück Jetzt wir springen Dann muss ich noch ein Stück Ja Ich glaube ich muss noch ein Stück Ja, egal Also probieren wir es noch mal So Genau So Auf diesen anderen Asse Muss ich nämlich hoch Oder ich springe einfach in die Richtung Wenn es klappen würde Naja, egal So, komm auf Ich weiß zwar immer noch nicht Wie gesagt Was diese Fragmente eigentlich sind Aber ich werde es wahrscheinlich rausfinden Früher oder später Geh doch mal hier so zurück Genau So Kommst du Gehst du nicht hoch? Sag ich doch Hey Naja gut, egal Äh Ja Was soll's Vielleicht schon mal den hier ein bisschen einfacher Ich glaube Dem muss ich mich da mal in Ruhe ranwagen Guck Genau Seht ihr das? Da kann ich nämlich hier Ja Genau Kann ich hier einen Todesprung machen? Ne, ne? Doch Gut Okay Sehr schön So Ich würde auch nochmal sagen Wir haben genug Zeit verklemmert Machen wir mal eine Runde wieder Die Also Komm Machen wir schnell den Ein-Assassin-Auftrag Und dann gehen wir auf jeden Fall Schnell zur Hauptmission Können wir auf jeden Fall auch mal da weitermachen So, was los? Geh mal Gumi Ein-Assassin-Auftrag bitte Wer soll bitte zur Strecke gebracht werden Und wie soll das alles auch sein? In einen Taubenverschlag Wir brauchen immer Geld What about the money? Habe ich ja schon mal erwähnt So Was haben wir denn hier? Belohnung nicht in Kämmer Der Kommandant Als mit sich in Osmos im Nordwesten Ist ein bekannter Templer Ja, wo sterben? Okay Machen wir natürlich Bin ich nicht davor Die Ich hab da so eine gewisse Idee Wo ist sie denn? Ja, genau da war man nämlich Egal, was soll's Dann geht's halt wieder nochmal zurück Und die Kohle ist meins Einfach nur rennen, mein Freund Einfach nur rennen Einfach nur rennen Komm Es gibt Ja, da wollte ich jetzt einen Händen So Dann geht's halt wieder hoch Nee, brauche ich jetzt nicht anheuern Das können wir auch ganz gut alleine packen 90 Meter Was für ein Weg, du So Dann ging's nämlich hier um die Ecke hoch Genau Da war nämlich dieser Weg Ja Wo willst du denn jetzt hier hoch? Ich bin nämlich letztes Mal hier außenrum gegangen So Okay Jetzt nehme ich eine Pet Da war ich nämlich Und mein Problem ist Da oben ist er Okay Alles klar So, dann machen wir es nämlich ganz einfach Ich hab schon eine ganz lustige Idee Wo sind denn Nee Ähm Eine Schlafweile Und die nehmen wir jetzt Komm Gehen wir hin So, auf den Torso So, im Körper Denn Machen wir es ganz einfach Niederschlagen Ja Läuft, oder? Ja Sehr schön Ja, okay Muss man nochmal nachtreten Äh Es will aber plündern Sehr gut Dann krieg ich den Fall zurück Nee Okay Dann halt nicht Gut Ging ja schnell Auf zur Mission Oder wie man so schön sagt Auf zum Atem Spring Ja, was los? Dann hier Der Kurier Ich will es keinen Kurier machen Aber das ist auf jeden Fall der nächste Ausführung Den hätte ich, glaube ich, alle hier Ah, weiß nicht, wird er mich schon Na komm Egal Läge auf den Weg Wollen wir schnell Oder ist es hier auf dieser Festung? Muss ich jetzt mal gerade wirklich gucken? Nee, ist er nicht Genau, aber kurz davor So Dann kann ich hier irgendwo, glaube ich, auch nochmal irgendwo einsteigen Komm ich aber da hoch Das ist mein Problem Ah, das ist so ein Weg Sehr schön Richtig steil sogar Oder wie sehe ich das? Schöne Abkürzung Oh ja Und da Ah, guck mal Das ist hier wieder so ein Ähm Eine Plantage Ist auch auf jeden Fall eine schöne Einladung für mich Oh ja, was ist denn hier passiert? Gut Windmühlen Schade, dass man eigentlich nicht wirklich auf so eine hochgehen kann Na Komm Kannst du auf jeden Fall hier Genau Und ich hin Äh, ich glaube ich muss hier rum, ne? Ja, ja, genau Gut Diese so schön An, äh, jeder Hand ein Haken Oder an jeden, genau, an jeden Finger ein Haken Guck mal hier Guck mal hier, so schön die Berge Sieht auf jeden Fall echt nice aus Das hat's, glaube ich, hier bei jeder Folge Die Plantage könnte man eigentlich auch fast ausrauben Ja, komm, auf geht's Wie sieht's jetzt aus? Noch mal ein Assizidenauftrag So, direkt vor unsere Nase Jetzt gehen wir in den Mittel Naja, besser ist gar nichts Wie gesagt, wir brauchen echt viel Kohle Denn Wir könnten eigentlich auch mal irgendwann mal so zu unserem Schiffspunkt wieder zurücksegeln Und, äh, da mal auf jeden Fall auch was ausbauen Und sehen, was wir denn da alles genug für Möglichkeit haben Was haben wir denn? Nicht, äh, ein wahrer Sklavenhändler Ein wahrenhafter Sklavenhändler Wurde im Herzen der Stadt bei der Ausübung seiner Seines wiederbärtingen Geschäfts gesehen Er muss sterben So So wie immer halt, ne? Gut Wo ist der gute Herr? Er ist wirklich in der Stadt Aber Ich glaube, ich kalle mir erstmal den hier Habe ich nämlich alles Und dann habe ich die schon mal wenigstens abgefarmt Wie es sein soll Hm Guck mal Wie viele Rote Röcke da sind Oh, Gott, da haben viele sogar Wie viele haben wir hier? Sind auch schon ein paar, ja Wo muss ich hin? Ich muss genau da oben Bin Ich möchte einfach versuchen, einfach so durchzuschleichen Genau Okay Da oben ist auch immer der Scharfschütze So wie sonst noch Komm Komm her So schnell kann es gehen Könnte eigentlich jetzt mal aber wirklich mal versuchen, die Scharfschütze hier auszuschalten Dass ich hin auf dem Bauch los bin Oh Alarm, Alarm Ja richtig, ich kenne die alle kommen Oh je Angreifen So, tschüss Oh 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 Bam, Bam Oh Der hat mir ne Watschen gegeben Ist das? Oh je Oh man Oh man Oh man Das war nicht so gut Ich muss mich auf jeden Fall hier ein bisschen untertauchen So Ja Versuch jetzt ne Ich verursache natürlich wieder jetzt so ein komplettes Blutbad Aber Äh Versteckte Klingen Ne Will ich eigentlich nicht Will wieder mein Schwertchen haben Genau So Na komm, auf jeden Fall will ich denn Wenn wir es wenigstens diese Folge schaffen, dann möchte ich auf jeden Fall das was in den nächsten Folgen schaffen Als haupt nichts hinzukommen Dann gebe ich jetzt noch mal wirklich ein bisschen Gas Komm Komm her 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 Da kann ich auf jeden Fall mal diese Glocke saubertieren Komm her 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 Naja gut Okay will er nicht Kletter mal ganz normal übers Tor Ist auch nicht grad so unbedingt die schönste Art Komm her Komm her Komm her Komm her So, für mich hier einen Weg geben. Und am Tor kann ich nicht hoch. Aber hier kann ich hoch. Seht ihr das? Das könnte vielleicht mein Weg nach drüben sein. Wenn ich das richtig jetzt interpretiere. Oder auch nicht. Okay. Aber jetzt mal gucken, dass wir hier einfach mal rüberkommen. Hey, noch ein Schatz. Ja schon. Komm jetzt. Muss ich irgendwie den Weg da hoch geben. Ich kann mich doch hier nicht durch die halbe britische Armee geschlagen haben, nur dass ich da jetzt mein Ziel nicht erreiche. Gibt's doch gar nicht. Vielleicht stelle ich mich auch wieder so selten dämlich an. Hey, irgendwo muss es doch hier mal einen Weg geben. Ich hab hier ein halbes Blutbad angerichtet, nur dass ich da jetzt hier vor verschlossenen Türen stehe. Das gibt's doch gar nicht. Tatsache, ich kann da nicht rüber springen, oder? Die wollen anscheinend noch nicht, dass ich da hier hinkomme, oder was? So. 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 Ey. Mann. So. Nochmal. Nein. Komm mal hoch. Komm. So. So ein rohler Baumstamm. Komm. 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 Du noch mal darüber. Tatsache, ich komm doch nicht hin. Ne. Egal. Was soll's. Machen wir erstmal die Hauptmissierung weiter. Scheiß drauf. Sei doch schade, dass ich da jetzt wirklich hier so viel Aufwand betrieben habe, nur um da hinzukommen. Ne. Egal. Ich renne da jetzt auch einfach durch. Ja. Ja. Ich weiß. Ich hätt da nicht sein dürfen. Relativ egal. Ne. Der Bach läuft. Ja. 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 Ich weiß. So. Ich weiß. Woher geht's? Du. Komm. Machen wir schnell den. Machen wir schnell hier den Kill. Freunde. Ich hab ganz, ganz schnell den Kill. Na. Schade. Ich wollt's wirklich. Oh. Oh. Okay. Ja. Und das. Zulicht. Das knallt jetzt echt böse rein. Ah. Diese Sprung aus dieser Höhe. Den Kurier fangen. Will ich doch gar nicht. So. dass wir die Wachen umgehen. Freunde. Gut. So. Und mein Ziel. Wo ist mein Ziel? Und mein Ziel ist hier. Das Ziel aufspüren. Na. Machen wir natürlich mal. Ja. Ich weiß gar nicht warum ich auch mit euch falsche. Wir sind die einzigen die dumm genug sind mit Templern geschäft zu machen. Ein Mord und das Mord. Darum dauert das so lange. Ja gut. Die 505 machen wir jetzt nicht. Schade eigentlich. Ach. Ey. Salks. Ach. Salks. Wie. Juck. Tötin. Tschüss. Was. Haut. Was. Ja. Ich. Oh man. Okay. Du. ja komm ja hier hat selber die granate behalten auf geht's ja auf jeden Fall mal schnell untertauchen, hat ja doch noch ganz gut geklappt na gut die 500 Reals, oh mein Gott, passiert ach so viele sind heute an meiner Klinge gestorben eindeutig oh, da detonieren die Granaten, die Kräne hatten, wollte ich schon sagen, die Granaten und dann wie versprochen, begeben wir uns jetzt endlich mal in Richtung Hauptmission weiter der Handlungsreise komm was los ist für Tag gut, sehr schön oh ja ich war das doch gar nicht wir wollten schon nicht mehr töten, aber auch, okay okay ja, gebt mir ruhig die Schuld gebt mir ruhig die Schuld ich war hier eigentlich gar nichts, aber okay und die aus diesem Gebiet fliehen muss ich ja, jetzt ist das Gebiet wieder angewachsen oh man oh man ja, gut nur die suchen, die Armee sucht mich gar nicht okay, sehr schön ja gut, Freunde, ich würde erst mal sagen, wir machen mal eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge wieder bis dahin gleich mal tschö mit Ö oder den oder Vielen Dank.